Eins, zwei, drei. Schwups. Was fehlt? Schon sind die Zahlen falsch. Die Eins. Eins, zwei, drei. Schwups. Schon hat das RKI gelogen. Die Drei. Die Bürger haben wieder Angst. Eins. Ja, das leidige Spiel mit den Zahlen. Willkommen heute Abend zum Kanal Pflege für Aufklärung. Mein Name ist Werner. Ich bin Krankpflege und Atmungstherapeut und wir wollen uns heute mal ein bisschen mit dem Thema allen beschäftigen. Bisschen trockenes Thema, aber es ist doch vielleicht sehr wichtig, dass man ein bisschen weiß, wie man diese täglichen Corona-Zahlen interpretiert. Ja. Mehr darüber nach der Intro. Ja. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Und wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte ein Abo da. Wir müssen ein bisschen größer werden und bekannter werden, damit die Pflege auch und ihre Probleme auch in der Öffentlichkeit mehr transparent wird. Ich habe mir ein cooles Outfit machen lassen. Ich bin Intensivpfleger und das RKI lügt. So gehe ich jetzt einkaufen, wenn es nicht gerade regnet und mein Käppi pflege für Aufklärung und ich bekomme da noch eine Maske. Da steht drauf Krankenpfleger, Alltagsmasken schütze nicht. So kann man natürlich ganz legal auch mal versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns heute mal ein bisschen mit den täglichen RKI-Zahlen beschäftigen. 11.000 Neuinfizierte, 12.000 Neuinfizierte, 8.000 Neuinfizierte. So wird der Bürger gerne in Furcht gehalten. Furcht vor dem Covid-19 Virus. Natürlich, Covid-19 gibt es. Covid-19 kann schwere Verläufe machen. Und wenn es schwere Verläufe macht, ist es auch ein ziemlich schwerer Verlauf zum Teil. Die Patienten sind schwierig zu entwöhnen. Und alles, was drumherum so bei so einer Krankheit anfällt. Auch bei Influenza, auch bei anderen Krankheiten natürlich. Aber hier geht es jetzt mal speziell um Covid-19. Wenn wir jetzt solche Zahlen sehen, wie 11.000 Neuinfizierte, dann hat der normale Laie natürlich schon ein bisschen Angst. 11.000 Neuinfizierte, die setzt er gleich mit 11.000 Kranken. Dem ist nicht so. Das RKI lügt. Und zwar ganz bewusst. Herr Spahn lügt. Herr Wieler lügt. Herr Lauterbach lügt noch mehr. Herr Drosten lügt schon lange und sowieso. Es gilt mal ein bisschen Licht in diese Sache reinzubringen. Wir testen wie die Wahnsinnigen. 1,1, 1,2 Millionen Menschen pro Woche. Wie sich diese Zahl der Tests auswirkt und verhält im Laufe der Zeit, das gucken wir uns nachher mal an. Der PCR-Test, wie ich denke immer mehr bekannt, ist kein zugelassenes Diagnosetool für Covid-19. Der PCR-Test sieht keinen Virus. Der PCR-Test spürt RNA auf. RNA-Fragmente. Und der PCR-Test ist auch nicht einheitlich. Es gibt viele PCR-Tests von vielen Firmen, in verschiedener Weise aufbearbeitet. Es gibt viele Dinge zu beachten beim PCR-Test. Wenn der PCR-Test nicht ganz genau gemacht wird, wird er falsch. Es hat eine relativ hohe Falsch-Positiv-Rate. Er hat auch eine Falsch-Negativ-Rate. Falsch-Negativ-Rate bekommen wir, wenn wir zum Beispiel falsch abstreichen. Nasen-Rachen-Raum. Wenn da nicht richtig tief reingegangen wird, nicht richtig abgestrichen wird, kann man auch falsch-negativ sein. Es kommt auch hier auf den sogenannten CT-Wert davon. Wenn wir jetzt 11.000, zum Beispiel die Zahl 11.000 Neuinfizierte vom RKI hören, dann heißt es natürlich nicht 11.000 Infizierte, sondern es heißt lediglich 11.000 Positiv-Getestete. Wie viel von diesen 11.000 Positiv-Getesteten mehrfach getestet sind, wird nicht differenziert. Wie viel von diesen 11.000 Positiv-Getesteten erkrankt sind, wird nicht differenziert. Und wie viel Erkrankte im Krankenhaus liegen, wird auch nicht differenziert. Und wie viel von denen im Krankenhaus, auf der Intensivstation liegen, nicht. Und wie viel von denen, die auf der Intensivstation liegen, beatmet sind, auch nicht. Man kann diese Zahlen aber finden, wenn man weiß, wo. Nur, es ist natürlich so, dass der Alltagsmensch sich nicht damit beschäftigt, wo er welche Zahlen finden kann. Das ist für uns interessant, wie wir auf der Intensivstation oder im Krankenhaus arbeiten, für Menschen, die danach suchen. Und deswegen klage ich diese Regierung in Berlin des Betrugs an. Sie betrügt die Menschen, weil sie ihnen falsche Informationen gibt. Ein Herr Lauterbach macht Menschen Angst. Er prognostiziert so und so viele Tote in den nächsten Wochen. Er macht den Leuten Angst. Das RKI lügt nicht nur in Bezug zu den Zahlen. Es lügt natürlich auch, es lügt auch in Bezug zu der Effektivität von Masken. Es redet den Menschen eine falsche Sicherheit ein. Auch die Frau Merkel, der Herr Spahn und wie sie alle heißen, sie lügen ihr Volk an. Eine Alltagsmaske schützt nicht vor Viren. Das Thema werden wir besonders behandeln. Ich habe es immer wieder angeschnitten in den Videos. Eine Alltagsmaske schützt nicht vor Viren. Im Gegenteil. Es erhöht die Infektionsgefahr durch andere Krankheitserreger. Kinder werden gefährdet durch Masken. Alte Leute, Menschen mit respiratorisch-kardialen Feuererkrankungen, Adipositas, neurologischen Feuererkrankungen, sind gefährdet durch die Maske. Besonders durch die Alltagsmaske. Im klinischen Setting ist natürlich eine Maske sinnvoll. Welche Maske wie und wann verwendet wird im klinischen Setting, können wir auch mal behandeln. Also das RKI, die Regierung, sie lügen geschlossen. Auch eine halbe Wahrheit ist eine halbe Lüge. Es gibt keine Wahrheit, die 99% ist. Wir werden angelogen. Und deswegen will ich versuchen, ein bisschen Licht in die Zahlen zu bringen. 11.000 positiv Getestete werden von der gesamten Mainstream-Presse als 11.000 Infizierte erklärt. Da ist eine Gleichschaltung in den Medien, die ist unglaublich. Natürlich, ich wiederhole es nochmal, 11.000 sogenannte Neuinfizierte sind nicht 11.000 Neuinfizierte, sondern lediglich 11.000 positiv Getestete. Man muss ja schließlich auch differenzieren, wie viele Menschen mehrfach getestet sind. Wenn wir zum Beispiel Patienten bekommen zur Entwöhnung, also wir wollen sie nach Covid vom Beatmungsgerät wegbekommen, dann in der Regel kommen die zu uns mit einem vorherigen Testen, der sollte negativ sein. Wir testen aber trotzdem nach. Wir wollen ja sicher sein. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn wir nachtesten, sind die Patienten immer noch positiv. Obwohl sie vorher zwei, drei Mal negativ getestet wurden. Da schauen wir dann auf den CT-Wert. Den CT-Wert werde ich nachher erklären. Der CT-Wert gibt uns eine Richtung zu beurteilen, wie hoch eine eventuelle Infektiosität noch vorhanden ist. Und dennoch gibt der PCR-Test keinen Hinweis, keine Diagnostik auf eine Infektiosität. Es ist ein Umweg, wo wir auf Infektiosität schließen. Wenn wir also beurteilen wollen, wie ernst die Lage in dieser Pandemie in Anführungsstrichen ist, dann sollten wir nicht auf die Zahl der positiv Getesteten alleine schauen. Und was die Regierung macht, sie hängt die Pandemie auf, allein an den Zahlen der Neuinfizierten, in Anführungsstrichen also positiv Getesteten. Danach wird das Kindeswohl gefährdet, danach werden alte Menschen isoliert, danach wird die Wirtschaft ruiniert und, 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 und. Die Anzahl der Tests ist in den letzten Monaten enorm gestiegen. Und dazu möchte ich nochmal den Herrn Spahn sprechen lassen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss erst mal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel falsch Positiver haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn, wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runter geht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falsch-Positive als tatsächlich Positive. Das sind so die Dinge, mit denen man dann sozusagen erst konfrontiert wird, dann auch in der weiteren Folge und die Erkenntnisse. Und deswegen macht es schon auch noch Sinn, wir machen das Angebot, mehr zu testen. Das geht jetzt auch, aber nicht einfach nur wild jeden Tag zu testen, sondern wenn, dann schon auch mit einem gewissen Ziel. Ja, richtig, was der Herr Spahn sagt. Aber er heuchelt, er lügt. Trotzdem, was er gesagt hat, ist ja schon eine Weile her, werden die Tests immens hochgefahren. Und dem Mensch wird immer noch vorgegaukelt. Es gibt jeden Tag so und so viele Tausend neu Infizierte. Aber zu beurteilen, ob die Lage ernst ist, das werden wir oder sollten wir anhand derer, die tatsächlich krank sind und eben derer, die jetzt, sagen wir mal, auf den Intensivstationen liegen und beatmet sind und natürlich auch anhand der Toten in Relation zur Allgemeinsterblichkeit. Das sind die Zahlen, die eigentlich vom RKI kommuniziert werden sollten, um den Bürger richtig zu informieren. Dazu schauen wir uns mal eine kleine Statistik an zu den Anzahl der Sterbefällen in Deutschland allgemein, unabhängig von der Todesursache. Dann nehmen wir einfach mal das Jahr 2019, haben wir 939.520 Tote, 2018 954.874 Tote und 2017 932.272 Tote. Wobei die Influenza-Saison 2017-18 25.000 Tote gefordert hat. Das ist ja nicht gerade wenig. Und die Krankenhäuser waren damals wirklich am Limit. Die Intensivstationen hatten kaum mehr Plätze. Wenn wir uns jetzt die Testkapazitäten anschauen, dann schauen wir mal so ein bisschen die Kalenderwochen an, bis Kalenderwoche 42. Da gucken wir mal ganz an den Anfang. Kalenderwoche 14 hatten wir 113 Labore, die übermittelt haben, Testkapazität pro Tag, hatten wir 103.515. Und jetzt gehen wir mal ein paar Wochen weiter. Da hatten wir in der Kalenderwoche 21, hatten wir 136 Labore, 159.418 Tote, Testkapazität pro Tag und die theoretische wöchentliche Kapazität von 1.050.676 Tote. Und so steigert sich das hier. Bis jetzt Kalenderwoche 42, da haben wir 164 übermittelnde Labore mit 256.100 Tests pro Tag und 1.712.246 theoretisch wöchentliche Kapazität. Die Testkapazität ist also enorm gestiegen und wir wollen jetzt mal gucken, wie es aussieht, der Bezug zur Testkapazität und den Positiv-Getesten. Und dann schauen wir uns die aktuellen DIVI-Werte an, im DIVI-Intensivregister kann man nachlesen, wie viele aktuell Patienten auf der Intensivstation liegen und wie viele davon beatmet sind und wie viele gestorben sind. Zu der Testproblematik habe ich noch ein kleines Filmchen. Es ist ganz interessant, was da in Österreich so rausgekommen ist. Eine zentrale Kennzahl für die Bewertung der Corona-Lage in einem Land oder einer Region ist mittlerweile die sogenannte 7-Tages-Inzidenz. Ein Wert, der die positiven Tests im Verhältnis zur Bevölkerung zeigt. Doch in den meisten Bezirken Österreichs weist diese Zahl mehr Fälle aus, als es dort tatsächlich gibt. Berechnet wird auf 100.000 Einwohner. Ist ein Bezirk kleiner, so existieren bestimmte Fälle nur auf dem Papier. In keinem Bezirk in Österreich ist die sogenannte 7-Tages-Inzidenz derzeit so hoch wie hier. Der Tennengau ist deshalb jetzt auf rot geschaltet worden. Die offizielle Corona-Seite des Bundes zeigt für den Salzburger Bezirk einen Wert von gut 455 Fällen. Diese Fälle gibt es aber zum großen Teil in Wirklichkeit gar nicht. Tatsächlich hat es im Tennengau in den letzten sieben Tagen nämlich nur 275 positive Tests gegeben. Der Rest der ausgewiesenen Fälle existiert nur in der Statistik. Der Grund dafür, der Bezirk hat nur 60.000 Einwohner. Der 7-Tages-Wert wird aber immer pro 100.000 Einwohner angegeben. Die Zahl der Corona-Fälle wird deshalb einfach hochgerechnet. Das ergibt für den Tennengau eben 455. Derselbe Effekt wirkt sich in allen Regionen aus, die weniger als 100.000 Einwohner haben. Und das sind österreichweit 70 der 94 Bezirke. Dass im kleinen Österreich Werte auf 100.000 Einwohner berechnet werden, erklärt das Gesundheitsministerium damit, dass der 7-Tages-Wert international vergleichbar sein soll. Welche kuriosen Auswirkungen sich aber durch diese Art der Berechnung ergeben, wird besonders deutlich, wenn man sie auf einzelne Gemeinden anwendet. Ein Beispiel. In Hütschlag im Salzburger Pongau sind derzeit sieben der rund 900 Einwohner positiv auf Corona getestet. In der Sieben-Tages-Inzidenz ergibt das einen Horrorwert von 770 Fällen, von denen es 763 gar nicht gibt. Ich bin gestern teilweise angerufen worden, weil medial das so kommuniziert worden ist, dass Hütschlag massiv betroffen ist. Aber wenn man sich die tatsächlichen Fälle anschaut, also momentan sieben, dann ist das nicht sehr beunruhigend. Das Problem mit dem Hochrechnen auf einen bestimmten Vergleichswert zeigt sich übrigens auch international. In der Statistik der bisherigen Corona-Fälle pro Million Einwohner landen vor allem Kleinstaaten ganz vorne, darunter Katar, Andorra, Aruba oder der Vatikan. 26 Fälle hat es im 800-Seelen-Kirchenstaat seit März gegeben. Mathematisch hochgerechnet auf den Vergleichswert sind das über 32.000 Fälle pro Million Einwohner. Ja, da kann ich nur eins sagen. Laborpandemie. Laborpandemie, mathematische Statistik-Pandemie. Wenn man alle diese Aspekte, die ich vorher gesagt habe, wenn wir mal annehmen, dass die Zahlen stimmen würden und runterrechnen, wie viele sind wirklich krank, asymptomatisch im Krankenhaus, Intensivstation, behauptet und so weiter, dann haben wir ja schon einen Ausschuss. Und wenn wir jetzt noch diese statistischen Werte angucken, dann können wir das auf Deutschland umsetzen. Schauen wir mal, wie viele Städte sind kleiner als 100.000? Und wie ist dort die Inzidenz? Also ich bin kein Statistiker, aber wie viele bleiben dann noch übrig von den, sagen wir mal, 10.000 Neuinfizierten, die da gemeldet werden? Das ist eine unglaubliche Sache. Abgesehen davon, dass der PCR-Test ungenau ist, in der Beziehung, dass er auch eine falsch-positive Rate hat, eine falsch-negative Rate hat, durch Bedienungsfehler oder durch Abnahmefehler, abgesehen davon, dass nicht differenziert wird, wie viele Kranke und wo die alle sind, wird der Bürger eben in Angst gehalten. Das ist ganz klar. Und dahinter steht nicht Dummheit, die Politiker sind nicht dumm, dahinter steht eine klare Agenda. Wenn wir uns jetzt mal die Anzahl der Corona-Toten anschauen, Statistik stand 20. Oktober 2020, so haben wir hier unterteilt nach Männer und Frauen, insgesamt ein bisschen weniger Frauen, 4.359 Tote und Männer 5.472 Tote. Und man sieht schon hier an der Tabelle die Altersverteilung. Natürlich sterben auch junge Menschen an Covid-19, aber hier das Hauptgeschehen bildet sich hier ab zwischen 70 und 99 Jahren. Die 80- bis 89-Jährigen, da sind die Frauen, haben einen Anteil von 2.053, die Männer 2.285, hier die 70- bis 79-Jährigen und dann nimmt das ab bis 40 und dann sind noch ein paar hier, die jünger sind und hier sogar 100 und älter noch 46. Ja gut, also wir haben hier, das hat auch seine Ursache, eine klare Verteilung hier in diese Altersbereiche rein, viel Vorerkrankungen, multimorbide Menschen, die natürlich vom Immunsystem her anfälliger sind, wie jetzt mal ein jüngerer Patient. Heißt natürlich nicht, dass ein jüngerer Patient nicht Covid-19 schwerer Verlauf bekommen kann. Heißt aber auch bei einer Influenza nicht. Ich will nicht Influenza mit Covid vergleichen, das sind schon verschiedene Baustellen, aber von den Zahlen und vom Aspekt des intensivmedizinischen Verlaufes kann man schon auch sagen, eine Influenza kann auch einen schweren Verlauf machen, so wie Covid-19 einen schweren Verlauf machen kann. Dort gibt es gewisse Parallelen, es gibt aber auch Unterschiede, natürlich. Es geht mir nicht darum, Covid zu verharmlosen, indem ich es mit Influenza vergleiche, sondern es geht mir darum, einfach aufzuzeigen, diese Krankheiten verlaufen, wenn sie schwer verlaufen, gleich für wen, dann in dem Fall schwer. Und da ist natürlich der Betroffene, ist es dem egal, ob er jetzt in der Minderheit ist oder ob er Vorerkrankungen hat. Für ihn ist das natürlich eine schlechte Situation. Wie gesagt, um zu beurteilen, ob ein PCR-Test oder wie stark der PCR-Test infektiös sein könnte, weil der PCR-Test ja nicht Infektiosität oder einen Virus beurteilt, sondern RNA-Fragmente, brauchen wir zum Beispiel den sogenannten CT-Wert. Ich habe hier eine gute Datei gefunden, die das ganz gut erklärt. das ist eine vom MVZ-Labor Ravensburg. Hier geht es einfach mal um Laborwissen. Hier können wir oben, hier in der rechten Spalte, lese ich mal kurz vor, CT-Wert in Korrelation mit Infektiosität, da mittels PCR nur die virale RNA und nicht das gesamte intakte Virus detektiert wird, ist ein SARS-CoV-2-RNA-Nachweis nicht automatisch gleichzusetzen mit Infektiosität oder Ansteckungsfähigkeit des Patienten. Einige Arbeitsgruppen, siehe Literatur, haben sich mit der Korrelation der Virus, der Virus-Genom-Last, also der Viren-Last, entsprechend der Virusmenge im Untersuchungsmaterial und der Anzüchtbarkeit der in der Probe enthaltenen Viren in Zellkultur als Maß für die Infektiosität beschäftigt. Diese Arbeiten legen einen Zusammenhang zwischen dem CT-Wert und Anzüchtbarkeit nahe, der zum Beispiel bei der Bewertung von PCR-Ergebnissen hilfreich sein kann. Aber man sieht, wie man arbeiten muss, um überhaupt eine Infektiosität nachzuweisen, die der PCR-Test nicht nachweisen kann. Aus diesen Untersuchungen lassen sich Cut-Off-Werte im Bereich von CT-Werten von 31 bis 34 ableiten. Das heißt, bei CT-Werten über 30 lässt sich SARS-CoV-2 in Zellkulturen wesentlich seltener anzüchten als bei niedrigeren CT-Werten. Und die Infektiosität der betreffenden Patienten ist geringer einzustufen. Hier geht es also darum, einfach zu sehen, anhand des CT-Werts drauf zu schließen auf die Infektiosität. Dabei haben wir noch gar nicht berücksichtigt, dass eben die Probe auch korrekt abgenommen sein muss, dass auch das PCR-Testverfahren sehr genau gemacht werden muss. Da können sich vom Laboranten unbemerkt oder bemerkt Fehler einschleichen. Es sind sehr präziser Prozess, der genau gemacht werden muss. Dann wird hier in der linken Spalte nochmal erklärt in dem grauen Kästchen, je höher der CT-Wert, desto niedriger ist die Viruskonzentration in der untersuchten Probe. Also man schließt auf eine man schließt von einer möglichen niedrigeren Virenlast auf eine niedere Viruskonzentration durch die untersuchte Probe eben anhand des CT-Werts. Bei SARS-CoV-2-PCR weisen CT-Werte größer 30 auf eine niedrigere CT-Werte größer 35 auf eine sehr niedrige Viruskonzentration in der Probe hin. Wir haben jetzt auch eine Patientin, wir haben öfters Patienten, die kommen eben, die testen wir nach, dann sind die positiv getestet und haben einen CT-Wert von 38. Eigentlich überlegt man sich dann, ob man dann trotzdem entisoliert. Macht man dann auch. Obwohl der Test positiv ist. Ursachen für Ergebnisse mit hohem CT-Wert beziehungsweise niedriger Virenkonzentration abklingende Infektionen zum Beispiel in Verlaufskontrollen von Patienten, die bereits einige Zeit mit SARS-CoV-2 infiziert sind, das sind dann diese Patienten, die kommen zur Entwöhnung. Die haben schon eine lange Krankheitsgeschichte von ein paar Wochen. Nicht optimale Probenentnahme. Ja, Kontrollabstrich. Gut, kannst du ewig machen. Montag positiv, Donnerstag negativ. Montag wieder positiv. Du brauchst zwei negative Tests eigentlich um Ent zu isolieren den Patienten. Ja, guckst den CT-Wert an, ist der hoch. Was machst du jetzt? Muss man entscheiden. Schwertkranke Patienten, bei denen das Virus bereits vom Rachenabstrich in die Lunge gewandert ist. Das ist klar. Das ist natürlich bei den beatmeten Patienten, die jetzt zum Beispiel zum Entwöhnen kommen, da nimmt man natürlich den CT-Wert, da nimmt man den PCR-Test, den Abstrich natürlich durch eine Bronchioskopie in der Lunge, eine Bronchialavage ab oder einen Nasen-Rachen-Abstrich, aber beurteilen tut man das, weil die ja eine Pneumonie hinter sich haben, anhand des Bronchialsekrets. Nochmal oben links der Satz, beim Direktnachweis von SARS-CoV-2 mittels PCR werden bestimmte Abschnitte der RNA, das heißt des viralen Erbguts, nachgewiesen. Ein Nachweis von SARS-CoV-2 RNA weist auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hin. Sie weist hin, aber sie bestätigt es nicht. Da braucht man dann eben wieder, wie gesagt, verschiedene Verfahren dahin zu kommen. Wir nehmen uns jetzt mal die Tabelle der Fälle, also der Covid-19-Fälle in Bezug setzen zu den Todesfällen. Dann schauen wir mal, wir haben hier Anzahl, geht von links los, Datum, Anzahl Covid-19-Fälle, Differenzvortrag, Vortag die Fälle, also es werden jetzt praktisch diese täglich gemeldeten Fälle, die wir haben. Ja, das geht hier von Anfang runter bis jetzt hier, der letzte war jetzt hier am 26.10. 8.685 neue Fälle. Dann hatten wir ein paar Tage mit 11.000, 14.000, 11.000 und so weiter. Ja, und dann sehen wir hier nächste Spalte Todesfälle. und Differenz Todesfälle Vortrag. Ja, dann haben wir noch Fallverstorbener Anteil, ja, also wie viel Prozent Verstorbene zu den Fällen, Prozentanteil, das ist auch ein interessanter Wert. Wenn wir jetzt hier mal gucken, auf den, es war noch ein bisschen frisch jetzt hier, da war noch nicht so viel, aber jetzt gucken wir mal hier am 2.4. zum Beispiel gab es 140 Tote zum Vortrag, die Differenz, ja, am 12.4. und das waren dann 2,22 Prozent, 2,22 Prozent zu den Gesamtfällen, ja, am 12.4. hatten wir gesamte Fälle von 2,821, 2,821, 2,821, davon hatten wir dann gestorbenen Anteil von 2,2, 2,2, äh, 2,2, Moment, die Zahl hier rum, 2,2, 2,2 Prozent. Jetzt gehen wir noch mal, ist ja noch ein bisschen blöd, wenn man die Legende da nicht hat. Wir gucken jetzt einfach mal auf die Todesfälle und auf die Differenzvortrag, also die Tagesfälle, ja, am Anfang natürlich war noch wenig, jetzt haben wir hier Anzahl der Covid-Fälle, insgesamt Differenzvortrag. So, jetzt gehen wir mal hier ganz runter, ja, man sieht hier, ja, 6, 29. Juni war natürlich weniger, hier Mai, April war die Hauptzeit, da war viel, trotzdem bleibt der Anteil, der Anteil, der, äh, fallverstorbenen Anteil prozentual, ja, da geht er hoch, 4 Prozent, da geht er hoch bei 4,46 Prozent, ja, da wird es schon vieler, viel mehr, aber trotzdem, naja, 4 Prozent, dann haben wir hier 4,6 Prozent und so weiter, jetzt sind wir beim Juli, ja, haben wir hier, äh, Juli nochmal runter, ich muss immer wieder auf die Legende gucken, Juli haben wir hier, ähm, Todesfälle am 11.06.26, ähm, 4.07.7 Todesfälle, am 25.07. noch mal 7, am 26.07. gar keinen, ja, dann kommen wir in August rein, da hatten wir dann am 21.08.7 Todesfälle, und dann hatten wir am 9.09.9 Todesfälle, am 22.09.10, ich nehme einfach mal wahllos welche raus, am 14.10.43 und am 24.10.49, da ging es mal wieder ein bisschen hoch, wir haben trotzdem einen prozentual Anteil von 2,47%, bei 11, also in Relation zu 11.000 gemeldeten Tagesfällen, Neuinfizierten, die natürlich keine Neuinfizierten sind, ja, haben wir eine Todesrate von 49, an dem Tag, 2,47%, und jetzt am 26. da haben wir 8.685, Neuinfizierte, neu positiv getestete, und haben 24 Tote, prozentual Anteil von 2,3%, wobei, die Toten hier, ja, da zählen natürlich auch, äh, dazu, jetzt Entwöhnungspatienten, Patienten, die vielleicht, schon im Juli, Anfang Juli, an Covid-19 beatmungspflichtig wurden, dann langen Prozess durchgemacht haben, paar Wochen beatmet waren, jetzt in der Weaning-Phase sind, und sterben, ja, die kommen natürlich hier rein, in die Statistik vom 26., wenn sie am 26. sterben, ja, das kann man nicht alles 1 zu 1 umsetzen, die, die am 21.10. gestorben sind, von den 39, da wissen wir jetzt nicht, wie viele sind jetzt gestorben, die vielleicht schon vor 8 Wochen krank waren, ja, und trotzdem, also ich meine, klar, klingt jetzt brutal, aber ich meine, Todeszahlen gehören zum Beruf, auf der Intensivstation sterben Menschen, äh, wir haben uns vorher die Gesamtsterbezahlen angeguckt, der Menschen, die in Deutschland sterben, ja, fast eine Million, auch zur Zeit der Influenza-Welle, der großen Influenza in 2017, 18, 25.000 Tote, da hat man natürlich diese genauen Statistiken, also ich habe keine gefunden, so gar nicht geführt, die hat man jetzt durch Covid-19 erst mal angefangen, wäre interessant zu wissen, wie das auch jetzt bei Influenza gewesen ist, also wichtig ist jetzt einfach zu sehen, die Tageszahlen, die uns gemeldet werden, als Neuinfizierte, welche sie nicht sind, haben wir ja jetzt gelernt, ja, dann haben wir die Anzahl der Menschen, die sterben, und da können wir natürlich noch andere Sachen dazusetzen, ja, ist alles schön und gut, wäre jetzt zu lang, das ist alles ein Einzelnen, hier zu eruieren, aber wer das will, der kann das mal runterladen, das ist sehr interessant, Differenz vor Tag, Todesfälle und so weiter, das sind dann die Gesamttodesfälle, hier unten, 26.10. da haben wir 8.685 gemeldete, 10.056 insgesamt Tote, seit Beginn, und Tageszahl ist dann 24, und das sind insgesamt 2,3%, also haben wir hier die Todesfälle, und jetzt gucken wir uns einfach mal auch die Situation auf den Intensivstationen an, so, da haben wir jetzt den Tagesbericht der DIVI, den können wir mal runterladen, kann man jeden Tag runterladen, Tagesbericht der DIVI in Zahlen, Fallzahlen, Intensivbelegung, und man kann auch eine Excel-Datei runterladen, wo man dann sogar mit dem Gemeindeschlüssel die einzelnen Städte angucken kann, wie viele Patienten liegen insgesamt mit Covid auf Intensivstationen, wie viele davon sind beatmet, und wie viele Betten insgesamt sind belegt, und wie viele Betten sind noch frei, wir haben jetzt hier DIVI-Bericht vom 26.10., also von heute, und da sehen wir jetzt zum Beispiel Fallzahlen Covid-19, aktuell in intensivmedizinischer Behandlung haben wir 1.362 Patienten, das sind 66 mehr als im Vortag, ja, das war vor ein paar Wochen noch weniger, und es war zu erwarten, dass natürlich die Zahlen ansteigen, wir haben jetzt Erkältungszeit, Herbst und Winter, und da haben wir die Zeit der respiratorischen Erregung, ja, wir haben Coronaviren, da gibt es ja viele, nicht nur Covid-19, wir haben Rhinoviren, wir haben Influenzaviren und so weiter, das sind Viren, die jedes Jahr aktiv werden, in der Zeit, wo wir unseren grippalen Infekt oder unsere Grippe kriegen, oder unsere Influenza oder was auch immer, ja, in dem Fall jetzt halt Covid-19, ja, von diesen 1.362 Patienten, die in intensivmedizinischer Behandlung sind, sind invasiv, also intubiert, invasiv beatmet 622, sind 46%, im Vergleich zum Vortag sind es 44% mehr, ja, Neuaufnahmen auf der Intensivstation waren es dann 191, verteilt auf ganz Deutschland, mit vielen 10.000 Betten, vielen 1.000 Betten, Intensivbetten, da schauen wir uns denn aber noch einmal in der Tabelle, vielleicht mal durch, dass wir das auf einzelne Städte verteilen, mal so Berlin, München, Stuttgart, die großen Städte mal an, Hamburg, wie viele Patienten dort spezifisch jetzt beatmet sind, und auf der Intensivstation so liegen, ja, wir haben aktuell intensivmedizinische Behandlungskapazitäten, Low Care, High Care, ECMO, da haben wir aktuell belegt 13.726 Betten, aktuell frei noch 1.910, dann haben wir hier High Care, und ECMO, das ist extrakorporale Membranoxygenierung, das sind dann die Patienten, die wirklich sehr spezifisch behandelt werden, und wir haben dann hier noch die ITS-Betten insgesamt, und die freien Betten, also insgesamt jetzt 8.403, plus die 7 Tage Notfallreserve 12.695, man kann also nicht von einer bedrohlichen Lage sprechen, jetzt im Moment, wenn man das jetzt alles wieder im Hinterkopf zu 11.000, 10.000, 8.000 Neuinfizierten setzen, ja, wo wir nicht wissen, sind sie asymptomatisch, sind sie zu Hause mit einem Fieber, und liegen da jetzt rum, oder sind sie im Krankenhaus, oder sind sie auf Intensiv, oder sind sie Beatmeten, ja, wichtig sind die Toten, wichtig sind die auf Intensivstationen sind, und wichtig sind die invasiv Beatmeten, wobei wir jetzt immer das natürlich auch in Relation setzen müssen, zum Vortag, wir müssten jetzt ein paar Dateien durchmachen, in den letzten zwei Wochen, damit wir sehen, wie sich das entwickelt hat, das ist schon leicht gestiegen, das ist klar, war aber zu erwarten, völlig klar, es wird auch noch mehr steigen, ja, ab Dezember, Januar, Februar kommt die Influenza-Welle, und wenn wir eine Influenza dieses Jahr bekommen, wie 2017, 2018, mit 25.000 Toten, dann Gnade uns Gott, ja, nicht weil wir die nicht versorgen können, sondern dann sind wir verloren, ja, dann der Herr Spahn, der Herr Lauterbach, der Herr Drosten, der Herr Söder, die machen uns alle platt, mit ihren Lügen, dann wäre das das gefundene Fressen für diese Leute, ihre Agenda weiter umzusetzen, ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, und ich hoffe, dass auch die Pflege mal endlich aufsteht, weil pünktlich zu Beginn der sogenannten Corona-Pandemie, wurden die Personaluntergrenzen aufgelöst, und bis jetzt nicht wieder, das wurde bis jetzt nicht wieder rückgängig gemacht, diese peinlichen Tarifverhandlungen, wo wir wieder verarscht werden, hey, ich werde aus der Gewerkschaft austreten, geht gar nicht, ein Prozent jedes Jahr, die paar Euro, also die paar Euro, wo ich jetzt mehr kriege, die kostet mich der Mitgliedsbeitrag in der Verdi, das ist so unglaublich, ja, es ist einfach nur ein Witz, was man mit uns macht, aber das ist ein Thema für einander, okay, wir sehen jetzt also, die Intensivbetten sind belegt, ja, sind ein paar belegt, sind ein paar beatmet, okay, wenn man aber das auf ganz Deutschland umsetzt, ja, dann bekommen wir jetzt mal, in Bezug auf einzelne Gemeinden, in Bezug auf einzelne Städte, folgendes Bild, ich habe hier die Excel-Datei runtergeladen, die wir auch bei der Divi bekommen können, und dann sieht man hier einfach oben die Legende, wir haben Bundesland, Gemeindeschlüssel, Anzahl Meldebereiche, Fälle Covid aktuell, insgesamt Fälle Covid aktuell beatmet, die Anzahl der Standorte und die Betten, das sieht man jetzt hier nicht so ganz auf der Datei, das ist ein bisschen blöd, Moment mal, muss ich mal gucken, dass ich das hier ein bisschen ausweiten kann, das sind dann die, nein, es gibt jetzt die Datei nicht, ja, der Konverter von dem OBS, aber egal, wichtig sind ja jetzt für uns mal, wo sind die, ja, also welche Stadt, und dann, wie viele Covid-Patienten auf der Intensivstation, gesamt, und wie viele davon er hat, und da fangen wir mal mit Stuttgart an, da gehen wir mal runter, Stuttgart, Stuttgart ist 08, 08, 08, Gemeindeschlüssel 08, 111, haben wir 11 Meldebereiche, wir haben 17 Covid-Patienten insgesamt in Stuttgart, auf den Intensivstationen, wovon 7 Beatmeten sind, wie gesagt, die 7 Beatmeten sind nicht alle, es sind nicht differenziert in akut Beatmete und wenigen Entwöhnungspatienten, wir haben 9, wir haben insgesamt 211 Intensivpatienten belegt, und noch 46 frei, das wäre jetzt mal für Stuttgart, jetzt gucken wir uns München an, München hat den Gemeindeschlüssel, 0916, 2000, 0916, 2, da haben wir, Moment, ich muss nochmal gucken, 35, das ist, das ist Meldebereiche, für meine Meldebereiche, genau, so, 0916, nochmal runterscrollen, 0916, 2000, 0916, 2, da haben wir 35 Meldebereiche, wir haben 24 Covid-Patienten auf den Intensivstationen in München, also 2 Millionen statt, mit 14 Beatmeten, wir haben 510 Intensivbetten insgesamt belegt, und 103 freie, also 510 Intensivpatienten in München sind belegt, mit Intensivpatienten unterschiedlicher Herkunft, mit allen möglichen Krankheiten, von diesen 510 sind 14 Covid-Patienten, 14, von 510 belegten Intensivbetten, mit 14 beatmete Covid-Patienten, jetzt gucken wir noch, gucken wir mal Berlin an, also wir haben Berlin, die hat die 11, und die 11 mit 6 Nullen, viele Nullen hinten dran, da haben wir 65 Meldebereiche, okay, wir haben 125 Covid-Patienten, auf den Intensivstationen, und davon sind 65 beatmet, sind schon ein bisschen mehr, und wir haben insgesamt hier diese Tal 1044 belegte Intensivbetten, aber jetzt wieder die Relation, Berlin ist ja auch eine Riesenstadt, 1044 belegte Intensivbetten, von denen 65 Beatmete sind, und insgesamt 125 Covid-Patienten, und von denen eben 65 beatmet sind, man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel die Charité, allein 400 Betten, bereit hat, 400 Covid-Betten für den Notfall, die nicht belegt sind, für jedes Bett, geschaffene Covid-Corona-Bett, bekommt man 50.000 einmaligen Zuschuss vom Staat, und pro Tag frei halten, pro Tag bereitstellen, 400 bis 600 Räuber, ich weiß nicht, ob die da drin sind in der Zahl, kann ich mir nicht vorstellen, weil die ja nur für Covid bereitgestellt werden, und solange die normalen Intensivbetten noch ausreichen, glaube ich nicht, oder weiß ich nicht genau, kann ich mich erkundigen, ich kenne jemanden in der Charité, das kann ich rausfinden, trotzdem, natürlich, das klingt viel, 125 Covid-Patienten auf den Intensivstationen, 65 Beatmeten, aber in der Relation zu 1044 belegten Intensivbetten, ist es nicht übermäßig viel, und in der Relation wieder zu der Angstmache, die wir bekommen jeden Tag, ich wiederhole mich, schauen wir nochmal Hamburg an, das ist die 02, mit Bundesland, 02 mit 02.000, da haben wir 34 Meldebereiche, da haben wir 29 Covid-Fälle, Hamburg ist auch eine große Stadt, 29 Covid-Fälle, auf den Intensivstationen, und 11 davon beatmet, wir haben insgesamt 550 belegte Betten, Intensivbetten, 277 Freie, von den 550 sind 29 Covid und von diesen sind 11 beatmet, und so verteilt sich das natürlich, wir haben gesehen, 1300 Patienten in Deutschland, auf Intensivstationen, Covid, davon 600, wie viel waren es, 30 beatmet, können wir jetzt so weitermachen, wir können alle Städte absuchen, und dann sehen wir halt, wo was verteilt ist, und wenn wir das in Relation setzen, zu den Intensivbetten in den einzelnen Städten, wenn wir es in Relation setzen, zu den belegten Intensivbetten in den einzelnen Städten, und welcher Anteil von den belegten Intensivbetten jetzt, Covid-Patienten sind, und davon wieder die Beatmeten, da war Berlin jetzt am meisten, ich müsste mal noch gucken, wir gucken noch einen an, gut, Frankfurt, da haben wir jetzt 06, 06, 1, 40, 2, da haben wir 17 Meldebereiche, wir haben 10 Corona-Patienten, Covid-Patienten, Moment, nee, 17, jetzt habe ich mich vertan, 12, genau, 17 Meldebereiche, 38 Corona-Patienten, 10 sind beatmet, die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten sind 273, und von diesen 273 belegten Intensivbetten haben wir, wie gesagt, 38 Covid-Patienten insgesamt, und davon 10 beagten, gut, da können wir jetzt noch lange weitermachen, kann man so mal für sich machen, ja, ja, und jetzt möchte ich nochmal den Herr Spahn reden lassen zum Schluss, und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel falsch Positiver haben, weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben, und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runter geht, und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr falsch Positive als tatsächlich Positive, das sind so die Dinge, mit denen man dann sozusagen erst konfrontiert wird, dann auch in der weiteren Folge, und die Erkenntnisse, und deswegen macht es schon auch noch Sinn, wir machen das Angebot mehr zu testen, das geht jetzt auch, aber nicht einfach nur wild jeden Tag zu testen, sondern wenn dann schon auch mit einem gewissen Ziel. Ja, ich erspare mir jetzt weitere, ich ersparen mir jetzt weitere Kommentare zum Herrn Spahn, wir haben jetzt mal geguckt, was haben wir gesehen, wir haben gesehen, wir werden beloben, wir bekommen wahnsinnige Zahlen, jeden Tag präsentiert, diese Zahlen sind nicht differenziert, Menschen, die nicht so genau Bescheid wissen, haben Angst, sie laufen in Masken rum, in Masken, wo sie denken, dass sie sie schützen, sie schützen nicht, Alltagsmasken schützen nicht, die Zahlen, die wir bekommen, sind falsch, oder zumindest schlecht differenziert, und zwar absichtlich schlecht differenziert. Das ist eine Agenda dieser Bundesregierung, die damit ganz andere Ziele verfolgt, als das Volk zu schützen. Welche Ziele die Bundesregierung verfolgt, oder vielleicht verfolgt, wissen wir nicht so ganz genau, und welche, wie das auch in die Vergangenheit zurückgeht, welche politischen Aktivitäten im Vorfeld dieser Corona-Krise waren, das werden wir in einem extra Video beleuchten. Lasst euch nicht verunsichern, lasst euch nicht das Leben verderben, ja, Corona kann schon ernst werden, ja, wenn man ganz normal seine hygienischen Sachen macht, die man immer macht, ja, nach der Toilette wäscht man die Hände, vor dem Essen wäscht man die Hände, man niest niemanden ins Gesicht, wenn man krank ist, bleibt man zu Hause, liebe Kollegen, ja, da gibt es ja genug Kollegen, die gehen den Halbgang schaffen, weil sie meinen, sie wären unentbehrlich. Ja, so bin ich ihnen jetzt hier eigentlich wieder, ja gut, egal, rübergerutscht, ja, ich will mich jetzt verabschieden, lasst euch nicht verunsichern, und zum Schluss immer gut Stoßlüften, den Humor behalten, kritisch hingucken, sich nicht ein Appel für ein Ei vormachen lassen, und die Pflege muss aufstehen, die Pflege muss endlich anfangen, sich zu bewegen, wenn wir haben es in der Hand, ja, nicht nur für unseren Beruf, wir müssen auch versuchen, die Bevölkerung aufzuklären, wir lassen uns nicht von den Lügen der Regierung einlullen, und auch nicht von ein paar Prozent, ein Prozent, boah, hey, wie blöd bin ich denn, ja, das ist gar nichts, was ihr erreicht habt, Gewerkschaft, darauf, ich sage es jetzt nicht, ja, ein bisschen klatschen, und ein bisschen hier, Prämie dort, äh, nein, wir brauchen eine Aufwertung unseres Berufsstandes, und Merkel-Spahn müssen abtreten, ich fordere den Rücktritt dieser Regierung, ich fordere, dass ein Herr Lauterbach sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zu Corona äußern darf, ja, gut, wird niemand interessieren, was ich fordere, aber, damit lasse ich euch jetzt, ich wünsche euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.